Nun, wenn Sie sich mal umschauen, wie sieht es hier aus, ein Szenario wie auf einer Baustelle. Nun, im Handwerk, da brummt es, das kann man mal mit Fog und Recht sagen, und gerade das Bau- und Ausbaugewerbe ist hier ganz vorne dran. Und was liegt da näher, als man sich auf so einer Baustelle umzuschauen, wie es denn da so gut zugeht. Sie sehen, steht einiges rum, ein paar Sackzimente, ein bisschen Mörtelkuften. Naja, schauen wir mal, was draus wird, vielleicht können wir noch was lernen. Dann schauen Sie zu, wie es zugeht, auf den Bau. Ich und mein Polz. Ich und mein Polz. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich und mein Polz. Und das Thema heute, es heißt Holz. Ich und mein, ich und mein Polz. Holz sieht sehr schön aus, Holz ist hier, sei mit. Ich und mein Polz. Du kannst es verbrennen, du kannst es sänen. Ich und mein, ich und mein Polz. Schaffe, 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 häuser, baue und gib nach dem Mädelschau. Und wenn unser Polz. Und wenn unser Polz. Ich und mein 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 Polz. Dann schaffe, schaffe Häuser bauen und mit nach dem Mädel schnauen. Wenn unser Häuser steht, dann gibt's noch keine Ruhe, denn dann sparen wir, dann sparen wir für den Tiger und den Kuh. Schaffe, schaffe Häuser bauen und mit nach dem Mädel schnauen. Und wenn unser Häuser steht, dann gibt's noch keine Ruhe, denn dann sparen wir, dann sparen wir für den Tiger und den Kuh. Andern Männer gehen, andern andere spielen an. Wenn früh am Morgen die Werksirene tönt, wird die Stichung einstechen, Luftwurz stöhnt in der Montagehalle, die Neonfanne strahlt. Und der Gabelstofferführer mit der Stapel Gabelkart, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Brutto-Sozialprodukt, ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Brutto-Sozialprodukt, ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Und wenn sich Oberarm so der Rösser-Fahrrad schwingt, und heimlich in die Sonne kriegt, dann hat Oma Angst, dass wir zusammenhören und nicht in der Hände gespuckt. Und wenn sich Oberarm so der Rösser-Fahrrad schwingt, dann hat Oma Angst, dass wir zusammenhören und nicht in der Hände gespuckt. Applaus Ja! Ja! Das war's für heute. Und die Stasche, die Stasche, die Stasche, wir müssen voll stillen Und dann, wenn gerade die Möchte war, ich hab das hier Da wir in den Fühlen, die gesaidete immer raus Tak, 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 ja Jetzt, wir werden wieder in die Hände gesprungen Die Staltee-Hallt, und was auch immer Wer ist, wir haben uns wieder in die Hände gesprungen Die Staltee-Hallt, und was auch immer Untertitelung des ZDF, 2020 Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfhölzen und sagst du, ich bin satt. Dann baue ich dir ein großes Schloss und zwar aus Kittelgatt. Kittelgatt! Wir haben diese Stadt gebaut! Wir brogen die Stadt auf rock'n'rdeed! Wir haben diese Stadt gebaut auf rock'n'rdeed! Das war's für heute. 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 One more. Das war's für heute. Das war's für heute. Woooo! 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 Nicht nur muskelmäßig hier die starken Herren, nein, wir haben vor allem auch hier bei den Damen starke Persönlichkeiten, die sich das alles zutrauen und die das perfekt machen. Eine schöne, eine ganz runde Sache und gestatten Sie mir, dass ich gerade heute an diesem Tag einen besonders hervorhebe mal aus diesem Kreis. Es ist nämlich einer, der sage und schreibe schon elf Jahre bei dieser Truppe dabei ist und ja, kräftemäßig kann man sagen, mit Sicherheit noch kein Stück nachgelassen hat. Einer, ja, unserer Besten hier, unser Fabian Schneider. Lieber Fabian, freut mich außerordentlich, dass ich dir heute unseren sogenannten, als Verdienst, unseren sogenannten Spiegelorten überreichen darf. Das ist ein, ja, ein Narr in echtem Silber, der sich einen Spiegel vor das Hinterteil hält. Und in Spiegelschrift ist darum geschrieben, ein rechter Narr hält sich stets schlicht zuerst den Spiegel vor das Gesicht. Und du bist wirklich auch einer, der auch über sich selbst lachen kann und der das Ganze wirklich mit viel Ausdruck und Humor hier auf der Bühne rüberbringt. Herzlichen Dank, überreichen darf jetzt allerdings die Marina. Ich glaube, da bist du auch mit einverstanden, dass ich das nicht selber mache. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, Fabian Schneider. Herzlichen Dank, Herr Korn, den Kornelinnen und Kornel der schwarzen Elf. Ein großes Dankeschön an Martina Roth. Vielen Dank.